Mehr als 32 Millionen Kinder weltweit sind von Hörverlust betroffen. Viele leben in Ländern mit niedrigem Einkommen und haben kaum Zugang zu einer audiologischen Versorgung. Nur eines von 40 Kindern trägt ein Hörgerät. Die Folgen sind gravierend, denn Kinder, die nicht hören, können nicht sprechen lernen, haben Schwierigkeiten in der Schule, später im Berufsleben und so kaum eine Chance auf ein eigenständiges Leben. Sie leben in Stille und Isolation. Seit über zehn Jahren schenkt die Hear the World Foundation diesen Kindern Hoffnung. Sie engagiert sich in der Prävention und ermöglicht bedürftigen Kindern mit Hörverlust eine kostenlose audiologische Versorgung. Hörgeräte und Sprachtherapie. Und weil Kindern mit hochgradigem Hörverlust normale Hörgeräte nicht genügend helfen, spendet die Hear the World Foundation seit kurzem Cochlea-Implantate und ermöglicht so auch diesen Kindern zu hören. Alejandro ist vier Jahre alt und kam mit einem hochgradigen Hörverlust zur Welt. Ohne die Unterstützung der Hear the World Foundation könnten seine Eltern seinen Traum zu hören nicht verwirklichen. He sido privilegiada de que me le donen esto a mi hijo. Porque no otros niños también. Porque no otros niños que tengan esta misma oportunidad que yo tengo, que mi hijo logró. Y cuando uno persevera, uno alcanza. Y que esa puerta que uno toca se va a abrir. Und dann geht's. Musik Pietro Ah! Oh si Una aroma Siete bien Quien es uno Siente super, super De verdad hay una Siete SICE Siete 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 P Pretend americanos Me siento emocionada de que mi hijo haya escuchado ese sonido y no tengo más palabras que decir gracias, gracias, mil gracias. Gracias, mil gracias.